Wenige Tage vor der ersten Beratung über eine Corona-Impfpflicht in Deutschland im Deutschen Bundestag nehmen die Pläne der Befürworter bereits Konturen an. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, der zusammen mit anderen Abgeordneten der Ampelkoalition Eckpunkte einer Impfpflicht ab 18 Jahren vorbereitet, nennt jetzt Einzelheiten dieser Pläne. Die Pflicht soll auf ein bis zwei Jahre befristet sein und für nicht mehr als drei Impfungen gelten. Sie soll über Strafgelder durchgesetzt werden, sagte der Innen- und Rechtspolitiker der Deutschen Presseagentur. Auf ein Impfregister will er wegen des zu großen Zeitaufwands verzichten und Ausnahmen vom Amtsarzt kontrollieren lassen. Wiese hatte am Freitag zusammen mit sechs Politikern von Grünen und FDP in einem Brief an alle Bundestagsabgeordneten, außer denen der AfD, einen Gruppenantrag für eine Impfpflicht ab 18 angekündigt. Es ist der Antrag, hinter den sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD stellen dürfte, der eine Impfpflicht ab 18 schon befürwortet hat. Zu den Initiatoren zählt auch der grünen Gesundheitspolitiker Janusz Dahmen. Er sagt, die Impfpflicht könne zur Befriedung der Gesellschaft beitragen, weil sie für Klarheit sorge. Das sagt er gegenüber der Bild am Sonntag. Das sind die konkreten Pläne der Koalitionsabgeordneten. Zwei, drei oder am Ende sogar noch mehr spritzen. Es muss geklärt werden, wie viele Impfungen für die Erfüllung der Impfpflicht notwendig sind. Auf der Grundlage der aktuellen Situation könne man sagen, dass man mit drei Impfungen eine gute Grundimmunisierung gegen einen schweren Verlauf hätte. Sollte später eine weitere Booster-Impfung für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen sinnvoll erscheinen, sollte diese freiwillig sein. Und über welche Sanktionen sollen Ungeimpfte zur Impfung bewegt werden? Wiese und Damen sind für Geldstrafen und gegen Zwangsmaßnahmen wie eine Erzwingungshaft. Nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten haben Geldstrafen eine Höhe von 5 bis 1000 Euro, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt in diesem Moment. Sie könnte für die Impfpflicht also auch noch höher festgelegt werden. Damen befürwortet einen mittleren dreistelligen Bereich. Bei Nichtzahlungen könnte man nach Wieses Ansicht ein individuelles Zwangsgeld in Betracht ziehen. So könnte man bei der Höhe dann zum Beispiel auch die persönlichen Lebensverhältnisse berücksichtigen. Die Obergrenze für ein Zwangsgeld liegt nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Deutschland bei 25.000 Euro. Die Umsetzung der Impfpflicht könnte über die Erfassung von Impfungen in einem zentralen Register erfolgen. Dessen Aufbau ist aber notwendig und es gibt im Moment Bedenken von Datenschützern. Für die aktuelle Debatte sei es aus zeitlichen Gründen nicht sinnvoll. Die Impfpflicht sei ja dazu gedacht, über den nächsten Herbst und Winter zu kommen. Der Aufbau eines Impfregisters, sagt Wiese, würde dafür zu lange dauern. Die Entscheidung im Bundestag soll vor Ende März fallen. Danach muss das Impfpflichtgesetz noch in den Bundesrat, bevor es in Kraft tritt. Anschließend soll es eine Art Schonfrist geben, in der sich die Ungeimpften immunisieren lassen können, um diesen Sanktionen zu entgehen.